Hoch, alle raus, in einer Linie links runter, in einer Linie links runter, schön eng hintereinander. Ja, hier auf dem Monitor, ein wunderschönes Video der Bergbahn in Ischgl, entstanden 2017, irgendwann im Frühjahr, ich schätze mal Ende März, Anfang April, wenn es abends schon hell ist, es war oben auf der Idalp, knapp 20 Fahrzeuge oder 19 oder 21, also man kann es in verschiedenen, manche Sequenzen kann man es erzählen, haben sich da die Mühe gemacht, mit vier, fünf verschiedenen Kameraeinstellungen eine Formation zu fahren, wenn man in Line sozusagen und man sieht solche Videos auf YouTube unheimlich selten und da muss man echt sagen, großen Respekt an die Bergbahn in Ischgl für dieses einzigartige Video und wir haben uns eben dieses Video zum Ansparen gemacht, das Ganze ähnlich und hier auf der Modellbaumesse zu präsentieren. Tobi? So, ja, jetzt bin ich auch da, ich habe die Nummer 1 mal übernommen. So, wir fahren jetzt erstmal in einer geraden Formation hintereinander hoch. Wir haben das gestern mal ein bisschen üb, recht schwierig. Moment, ich muss mal ein bisschen mit dem Räumschild und dem Räsespiel. So, in einer geraden Linie wieder in einer Formation runter, nach Möglichkeit immer versuchen, ein bisschen Schnee im Räumschild zu haben und der nächste ist immer kurz hinter dem Vorderband. Eine schöne Linie. Die Windmaschine, da fährt ein bisschen arg dicht auf. So, als nächstes auf dem Bergaufstück werde ich ganz links rausfahren und ihr Fahrt dann versetzt rechts immer daneben. Immer eine Spurweise rechts daneben. Also immer das linke Ohr vom Räumschild bis an den zweiten Finisher von vornherein. Mit dem linken Elbogen hat das rechte Ohr. Das linke Elbogen hat das rechte Ohr, ja, das ist genau. So, Applaus, ich hoffe, es gefällt dir. Prima. Also von hier oben schaut es klasse aus. Der, wo man rauskommt, der muss noch ein bisschen Schnee im Schild haben. Ja, Entschuldigung, ich kann hier... Ach, du kannst das nicht. Keine Handfrage, ich hätte auch einfach Mikros-Tobi. Entschuldigung. Tobi, man kann mit einer Hand so viel wissen. Wollst du jetzt nicht hier vom Thema abzahlen? Nein, Spitze, Spitze. Absolut Gänsehaut. Super Formation. So, jetzt machen wir folgendes. Bergab. Wir machen einen Pfeil. Das heißt jetzt, der zweite geht nach links hinter, der dritte wieder nach rechts hinter. Und eine Pfeil-Formation. Wir können doch zur Not erst mal ein bisschen aufstellen, bevor wir da runterfahren. Klaus, nimm doch mal das Buchfleck da, den dritten Baum da. Alles egal, lass uns mal spielen. So, schöne Pfeil-Formation. Ich hoffe, wir haben hier ein Foto und ein Video. Moment. Für alle Tierschauer. Und dass das ein bisschen wieder still aussieht. Video kostet Instagram. Okay, ich wollte mich nicht praktisch sehen. So, hier unten gehen wir wieder in eine Linie über. Jetzt wird es gleich kompliziert. Das haben wir gestern mal geübt. Also alle in einer Linie hinterher. Schön eng jetzt bitte, sonst wir brauchen den Platz hier. Dieses Langsam-Fahren. So, Moment. Und jetzt machen wir hier eine Kehre rechts rum. Schön ausholen bis an den Zaun. Und in einer Kehre hier mitfahren. Das ist Party in der Schirmbad. Sie freuen sich auch über den Besuch der Raum. So, und jetzt kommt das. Das hat der Klaus auch noch nicht gesehen. Da ist er nämlich gestern hier einkaufen gegangen. Jetzt machen wir zwei Reihen bergauf. Also denke ich nur mal zwei, bitte links neben mich. Links neben mich. Wir machen da jetzt die Aufstellung. Nah dran bei mir. Zeitlich nah dran. Nicht, dass wir uns die Ohren abfahren, aber möglichst nah dran. Zwei Reihen aufmachen. So, dann haben wir eine Zweier-Mal-Vierer-Formation. Links vorne bitte weiterfahren. Und wer fotografiert, bitte niedrig machen, damit alle was sehen können. Auch wir Fahrer und Fahrerinnen. So, jetzt wird's schwierig. Jetzt die rechte Reihe steht rechts rum, die linke Reihe steht links rum. Und wir fahren nebenan wieder runter. Außen runterfahren, in der Mitte hochfahren. Sag Klaus, das kennst du dich, ne? Nein, das ist aber schon hohe Kunst. Ja, also in Klaus war echt Mühe gegeben. Helm aber. Hast ja gar keinen auf. Du hast ja nicht über deinen Tirola-Hut heute auf. So, ich hoffe, es gefällt euch. Jetzt kommt gleich das große Finale. Es kommt noch besser. Es kommt noch besser. Es kommt noch besser. Ich glaube, du musst ja aber langsam fertig. Ja, wir kommen jetzt zum Finale. So, jetzt machen wir wieder links raus. Moment. Und zwar stellen wir uns auf mit dem Rönnschild zum Publikum. Ich fahre ganz außen am Zaun an. Und ihr fahrt nicht.